Sandro Zurkirchen, ja am Schluss Niederlag bitte natürlich trotzdem, mit der nächsten Liga für schnell zu spielen. Wie erwartend ist das gekommen? Ich habe am Sonntag erfahren, dass die Möglichkeit besteht, dass der Deckel noch nicht ganz fit ist. Und von dem her habe ich schon eine Zeit gewiss gehabt. Seid ihr zu einer Mannschaft reinkommen, der Trainerwechsel kam, das Beugtklo, der Lauf der Grundsätze, haben wir da etwas gemerkt von dem her? Was ist das für ein Mannschaftsgefühl, das ihr hier angetroffen habt? Nein, ich habe gar nichts gemerkt. Es ist ein enormer Teamspirit in dieser Mannschaft, sehr viel Energie. Ich habe das Gefühl, dass wir heute ein sehr gutes Spiel gemacht haben. Wir haben auch sehr viel Charakter gezeigt gehabt. Wir sind zweimal zurückgekommen. Und von dem her hat man überhaupt nichts gemerkt, dass es ihnen bis jetzt nicht so gelaufen ist. Merci beaucoup. Merci auch.